Herzlich willkommen hier zurück auf dem Geh-Reference Kanal. Ja, heute habe ich mal wieder so ein kleines spezielles Teil mit dabei und zwar was für eine ganz besondere Verwendung produziert wurde und zwar für den Breacher. Dieses Breacher Chestrick basiert auf dem London Bridge Trading 1574. Hier eine Version, die von Diamondback Tactical gefertigt wurde, bekommt man so nicht mehr. Aber ich habe die auch nie so im Verkauf gesehen. Das Einzige, was ich dazu mal gehört habe, ist, dass wohl London Bridge Trading, die die eigentlich für die Navy Seals hergestellt haben, aus irgendwelchen Kapazitätsgründen nicht genug herstellen konnten. Und dann DBT angeblich noch welche übernommen hat. Habe ich so nämlich auch nie in einem DBT-Katalog gefunden. Hier ist auch kein Tag vorhanden. Bei DBT ist das recht selten so, gerade bei den frühen Sachen. Aber wir haben an der Seite, zeige ich nachher im Detail, so eine kleine Made in USA, so einen kleinen Made in USA Label Patch, was so sehr typisch für Diamondback Tactical ist. Wie das immer bei den London Bridge Trading Sachen mit der Produktnummer ist, steht auch immer eine Bezeichnung dahinter. Und zwar ist es in diesem Fall Chest Pouch Naval Special Warfare Group 2 with ESD. ESD steht für Electrostatic Discharge. Also die elektrostatische Entladung, wie es so im Deutschen heißt. Das werde ich Ihnen nachher hören. Vielleicht hört man es auch jetzt schon so ein bisschen. Da ist nochmal so eine Zwischenlage vorne und hinten mit eingenäht, dass eben keine elektrostatische Entladung stattfinden kann. Was natürlich kritisch ist, wenn man hier im Inneren verschiedenste Sprengladungen mit sich führt. Das Chestrick bietet Platz für rund 40 Patronen für die Flinte. Hier natürlich auch ein Mix möglich, weil die Amerikaner, gerade die Navy Seats, für die es genutzt wird, nicht nur die Flinte zum Öffnen von Türen nutzen, also als Werkzeug, wie es halt so häufig bei der Bundeswehr genannt wird, sondern eben auch mit anderen Munitionssorten als Combat Shotgun im Einsatz ist. Die Combat Shotgun ist bei den amerikanischen Einheiten nichts Neues. Die Trench Gun, wie auch so schön genannt ist, schon seit dem Ersten Weltkrieg im Einsatz, zieht sich überall durch. Sieht man dennoch mal besonders bei Security Forces, die irgendwelche bewachenden Funktionen haben, auch quasi die polizeiliche, militärpolizeiliche Komponente immer mal wieder. Und dann im Irak- und Afghanistan-Krieg, bei den Breachern natürlich und bei normalen Einheiten, gerade auch im Einsatz in Fallujah, die damit dann viele Türen hatten, die sie aufschließen mussten. Aber eben auch mit anderen Munitionssorten, um gegen Personen zu wirken. Die Briten nutzen das auch noch. Da gibt es auch sehr schöne Bilder von deren Schrotflinte im Einsatz in Afghanistan. Zurück zum Breacher Chestrick. Wie gesagt, für die Navy Seals und auch das quasi primär die Einheit, wo dieses Rig im Einsatz ist, war. Ich habe einen Prototypen gesehen von dem Chestrick von London Bridge Trading, welches 1999 hergestellt wurde. Wir sehen dieses Chestrick dann gerade in den frühen Phasen des Global War on Terror, die frühen 2000er. Auch mit Navy Seals wie Joe Lambert, habe ich schon öfter erwähnt. Von dem gibt es natürlich ein paar mehr Fotos. Sieht man auch, wie er dieses Chestrick im Einsatz hat als Breacher. Und auch mit dem Velcro Panel, was hinten dran ist, was wir uns nachher im Detail angucken. Ansonsten haben die verschiedenen Bereiche, verschiedene Aufgaben hier natürlich, um nochmal Werkzeuge, Zünder etc. mitzuführen. Hier haben wir diese elastischen Schlaufen. Da haben die unterschiedlichste Dinge dazwischen gepackt. Auf einem Fotos auch zu sehen, wie einer ein Pistolenmagazin hier drin trägt oder Knicklichter etc. Das, was der Breacher ebenso sonst noch so bei seiner Arbeit braucht. Was ist das Spezielle bei diesem Chestrick? Man sieht es hier schon. Und zwar haben wir hier ein Adapterstück, welches in die Schutzweste eingeklettet werden kann. Ein weiterer Adapter ist hier hinter angebracht. Zeige ich euch gleich. Und jetzt in diesem Fall, bei dieser Trageweise, wird das Ganze noch mit dem Bauchgurt fixiert. Und kann aber auch einfach abgenommen werden, je nach Bedarf. Hier ist der Velcro Adapter. Kann angebracht werden, wie man es halt möchte. Wird einfach nur durchgeschlauft mittels Pals. Hier hinter die Klettfläche. Jetzt hört man es auf jeden Fall. Das ist diese ISD, die damit eingenäht ist. Hier ist auch nochmal der US-Tag, den ich erwähnt habe. Und so kann denn bei Bedarf das Chestrick mitgeführt werden. Und zum anderen haben wir aber auch noch hier die Gurtbänder, um das Chestrick einzeln quasi zu tragen. Ohne eine Schutzweste etc. Hier nochmal schnell geguckt. Hier ist die 2003. Also das Chestrick wird aus dem Bereich 2003 sein. Und so hört sich das ja auch ganz nachvollziehbar an, dass die ersten vom London Road Trading quasi genäht wurden. Wenn es dann vielleicht nochmal Probleme gab, dass man nicht hinterhergekommen ist, weil vielleicht auch andere Aufträge noch mit drin waren. Und dann halt vielleicht noch ein paar bei DBT produzieren lassen. Oder wir haben es einfach so kopiert. Aber es ist halt wirklich eins zu eins. Bei LBT sieht man halt, dass die Klettfläche hier ein bisschen tiefer ist. Und natürlich vom Material ein paar Unterschiede. Aber halt wirklich nichts Tolles. Eine kleine Besonderheit noch. Die einzige Einheit, die ich quasi so als Referenz habe, sind eigentlich die Navy Seals. Sonst bei niemand anderem gefunden, außer auf einem Bild von 2005 vom deutschen Kommando Spezialkräfte, wo wir ebenfalls einen Operator haben, der die Version in Oliv trägt. So, Versuch Nummer 2, nachdem ich gerade das Mikrofon nicht eingesteckt habe. Ich habe jetzt einmal die Schultergurte angebaut. Ja, hier hinten die Längenverstellung. Ich werde dann hier einfach über die Plastikschnellverschlüsse eingeklickt und können dann so stand alone das ganze System getragen werden. Oder trotzdem noch über eine Schutzweste. Hier möchte ich euch nochmal die beiden Adapter zeigen, die ich gerade so an der Caridine Spear Weste verbaut habe. Hier habe ich auch im Video über die Caridine Spear Schutzweste erzählt, dass die Schulterpolster sich manchmal geöffnet haben bei viel Belastung. Und da haben wir hier nochmal eine Sicherung, die dann um die Schulterpolster gelegt wird und nochmal mit Klett befestigt, damit sich da auch nichts öffnet und das ganze sicher mit der Schutzweste verbunden ist. Dann kommen wir einmal zum Chestrick an sich. Wir haben hier vorne die beiden Hauptfächer. In jedes Fach passen 20 Patronen für die Flinte. Kann man sich also auch gegebenenfalls nach Munitionstyp ein bisschen aufteilen. Dann hier die elastischen Bänder, wo Ausrüstung hinter gepackt werden kann. Hier drüben die kleine Tasche, die mit Klett verschlossen wird, wie alles hier am Chestrick. Ja, wo dann irgendwelche Zünder oder sowas mitgeführt werden, was man halt auch immer mitnehmen möchte oder eben braucht. Hier drüben nochmal die Made in USA Plugge, die so immer viel bei Diamondback Tactical im Einsatz war. Dann hier oben die kleine Klettfläche und die Möglichkeit, das Innenfach zu öffnen. Hier drin einfach ein großes Fach, wo Ladungen reingesteckt werden können. Bei den Referenzfotos haben wir es gesehen. Da war auch ein Ziel dabei, wo die oben rausgucken, um natürlich einen schnellen Zugriff zu haben. Und hier im Inneren ist jetzt das ISD. Hört man nochmal vorne und hinten. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Hier jetzt der Bauchgurt. Ich hoffe mit der Möglichkeit, die Längen einzustellen. Hier nochmal elastisches Material angebracht. Wird einfach so geschlossen. Dann haben wir hinten die Klettfläche. Ich weiß nicht, warum sie die hier schwarz gehalten haben. Auf jeden Fall ist es bei den ganzen LBT-Modellen auch immer schwarz gewesen. Hier aber die Gegenstücke ist schon oliv. Ja, hier wie gesagt wird mit Pals dann an der Oberfläche, wo ich es anbringen möchte, angebracht. Bei der Caridine Spear haben wir horizontal und vertikal Molle. Also können wir es verbinden, wie wir möchten. Und haben halt hier immer die Klettfläche als Gegenpunkt. Genau. Ja, an sich nicht so viel dran, aber ein schönes, spannendes Teil. Und das war es dann hier auch im Detail. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns. Bis bald. Tschau. Tschau. Vielen Dank.